Ja, meine Freunde, ihr habt es euch gewünscht und hier ist es für euch und zwar die schwerste Python-Challenge, die ich für euch finden konnte. Heute geht es um etwas, was ich in keinem Jobinterview jemals mitgekriegt hätte, dass sowas schweres gefragt worden wäre. Aber wenn ihr das schafft zu lösen, dann seid ihr wirklich die absoluten Python-Profis, okay? Dann kennt ihr alles in der Sprache. Wenn nicht, macht euch keinen Vorwurf, es ist wirklich sehr, sehr schwer, aber ihr könnt vielleicht hier noch was Cooles lernen. Und zwar geht es heute darum, wir wollen ein ganz normales Print Hello World ausgeben, aber, und jetzt kommt der Clou, wir dürfen keine Klammern benutzen, wir dürfen keine Imports benutzen und wir müssen Python 3 benutzen. Ihr kleinen Cheater, ich weiß ganz genau, dass ihr hierher gehen würdet und Python MyString und das dann mit Python 2 ausführen, das zählt nicht. Wir wollen Python 3 hier haben und um es noch ein kleines bisschen schwerer zu machen, wollen wir das Ganze auf zwei verschiedene Arten lösen. So, und jetzt ist es natürlich wirklich ganz schön schwer. Das heißt, so können wir es natürlich nicht machen, das würde uns einen Fehler geben. Ihr müsst wirklich Python bis zum allertiefsten Punkt kennen und, ähm, ja, schreibt mir ganz gerne mal in die Commandline, äh, also in die, in die Kommentarspalte, ob ihr das Ganze wirklich hinbekommen habt. Und, ähm, vielleicht findet ihr ja sogar noch eine dritte Lösung. Falls ja, schreibt mir das auch bitte in die Commandline und, ähm, damit meine ich natürlich wieder die Kommentarspalte und wir wollen uns jetzt hier natürlich die Lösung angucken. Okay, also Nummer 1 ist natürlich hier, ähm, ein kleiner Trick. Und zwar, wir arbeiten mit, ähm, mit Pointern und zwar auf Funktionen. Das heißt, welche Funktionen haben wir denn einfach so built in, ja? Was können wir denn auf jeden Fall aufrufen, ähm, ohne dass uns irgendwie ein Fehler um die Ohren fliegt? Das ist natürlich Exit. So, wir können Exit aufrufen, das ist wunderbar, funktioniert auch wunderbar, nur damit können wir nichts ausgeben, ja? Wir müssten hier auch Klammern aufrufen, damit wir Exit aufrufen, wollen wir auch nicht. Aber, was wir hier machen können ist, wir können sagen, wir überschreiben den, ähm, den Operator, zum Beispiel Plus, auf unserem Exit. Und das können wir folgendermaßen machen. Da können wir einfach sagen, Exit, Bodenstrich, äh, also Punkt, Bodenstrich, Bodenstrich, Glas, Bodenstrich, Bodenstrich. Damit greifen wir quasi auf die Klasse von Exit zu und sagen, wir wollen gerne den Operator Plus überladen. So, das heißt, Bodenstrich, Bodenstrich, Add ist der Plus-Operator und, naja, was, was wollen wir mit dem machen? Der Plus-Operator soll jetzt eine Funktion sein. Das heißt, wir wollen quasi einen Infix-Operator schreiben, sodass wir am Ende schreiben können, Exit plus myString. Und, ähm, ja, dieses Plus ist natürlich hier quasi eine Funktion, aber diese Funktion braucht keine Klammern. Und damit führen wir quasi hier eine Funktion aus und können hier einen Parameter mitgeben. Das heißt, wir sagen hier print myString, das ist natürlich das, was wir haben wollen, ohne Klammern. Und das bedeutet, wir brauchen hier nur den Function Pointer zu print. Das heißt, was hier passiert ist, und ja, das funktioniert, ohne dass wir irgendeine Klammer benutzt haben, ähm, wir sagen hier, okay, wenn wir Exit plus irgendwas anderes rechnen, dann soll bitte diese Funktion hier ausgeführt werden. Und diese Funktion ist print. Das heißt, wir sagen hier, plus ist dasselbe wie print, also plus braucht ja keine Klammern, also print myString, also brauche ich in dem Fall auch keine Klammern für print. Und das ist absolut faszinierend, auch für Exit brauchen wir keine Klammern, weil wir eben diesen Infix-Operator plus haben. Infix bedeutet einfach zwischen zwei Dingen. Und ja, das ist Version 1. Die Version 2 hat es noch ein bisschen mehr in sich, wie ich persönlich finde. Und zwar, ähm, arbeitet die mit, nun ja, Dekoratoren. Dekoratoren sind was, was viele wahrscheinlich in Python meiden. Ich meide es manchmal, manchmal auch eher nicht. Ähm, und ja, wir arbeiten jetzt hier mit Hello. Also wir sagen, wir definieren uns eine Variable Hello. Wir definieren uns wieder mal eine Funktion. Dieses Mal ist es eine Lambda-Funktion. Ähm, und, ähm, ja, unsere Lambda-Funktion soll was tun? Naja, erstmal nur Lambda. Sie braucht keinen Parameter, aber sie soll bitte einfach myString zurückgeben. So, das ist jetzt im ersten Moment ein bisschen, hä, was, warum? So, aber, ähm, wir brauchen eine Funktion, damit wir, ähm, Dekoratoren aufrufen können. Und Dekoratoren sind im Endeffekt Funktionen, die keine Klammern brauchen, weil diese Funktionen werden auf einer Funktion oder einer Klasse ausgeführt. Das heißt, was wir hier machen ist, wir bauen uns eine Klasse, die nichts tut und die einfach nur einen Pass drin hat, ja. Die Klasse hat nicht mal einen Namen, ja. Nichts davon macht irgendwas. Aber wir können jetzt auf dieser Klasse hier Dekoratoren ausführen. Und Dekoratoren sagen dann, okay, wenn irgendwas mit der Klasse hier passiert, also auch wenn sie Pass ausführt, dann soll bitte hier folgende Funktion ausgeführt werden. Und die erste Funktion, die natürlich ausgeführt wird, ist natürlich Print. Und zwar völlig ohne Klammern, völlig ohne irgendwas. So, und die zweite Funktion, die ausgeführt wird, naja, die liefert quasi den Parameter für Print, weil Print braucht natürlich hier den Parameter myString, aber ich darf den dann nicht so mit übergeben. Also muss ich den irgendwie als Funktion übergeben, und zwar über einen weiteren Dekorator, nämlich addHello. Und damit, meine Damen und Herren, führe ich quasi hier den Dekorator addHello aus, der liefert mir myString zurück und liefert das als Parameter für Print in eine Klasse, die quasi nichts tut. Ja, und wenn ich das jetzt hier so ausführe, dann kriege ich hier zweimal Hello World auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen und beides mal ohne irgendwo eine Klammer zu benutzen. Okay, wichtig ist natürlich, dass ihr hier die Logik hinten dran verstanden habt, also nicht einfach nur, dass ihr es quasi gelöst habt, sondern dass ihr verstanden habt, warum das eigentlich funktioniert. Und, ähm, ja, schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr es geschafft habt. Ich fände das wahnsinnig faszinierend. Vielleicht findet ihr ja noch eine dritte Variante. Ähm, und ja, ähm, natürlich kann ich hier oben, also das zählt nicht als dritte Variante, wenn ich hier einfach eine andere Funktion eingebe, okay? Also ich kann hier einfach quit plus myString schreiben, so, das kann ich mit jeder Funktion machen. Das zählt nicht, okay? Ähm, aber wenn ihr wirklich eine neue Variante findet, schreibt mir das und, ja, ich bin gespannt, wer noch was rausfindet. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.